Wir sind für Sie da. Der Verlust eines geliebten Menschen erfordert Einfühlungsvermögen und gegenseitiges Vertrauen. Das Bestattungsinstitut Gerber in Olten unterstützt Trauernde seit vier Generationen. Ein würdevoller Abschied nach Ihren individuellen Vorstellungen ist ein erster Schritt, um Trauer verarbeiten zu können. Das Bestattungsinstitut Gerber hilft Tag und Nacht. Von der Auswahl der Leitzirkulare über die Auswahl des Sarges oder der Urne bis hin zu Bestattungsart. In unserer hauseigenen Schreinerei können wir auf jeden Sargwunsch eingehen, genauso auch bei den Urnen. Die letzte Ruhestätte kann aber auch außerhalb der Friedhofsmauern sein, beispielsweise in der freien Natur. Entsprechend bieten wir auch Naturbestattungen an. Ein Abschied ist schmerzlich. Wir begleiten Sie durch die schwere Zeit. Wir sind für Sie da. Allgemeine Bestattungsdienste Gerber AG.